Hallo, ich bin die Squishy Naubons, der fröhliche Weihnachtstintenfisch. Ja, ich weiß, ich sehe dich besonders nach Weihnachten aus, macht aber nichts. Ich bin schließlich Squishy. Ich werde mir jetzt nicht irgendwie so eine blöde Weihnachtsmannmütze aufsetzen oder sowas. Ich verkleide mich sowieso nicht gerne. Verkleiden, das ist was für Clouds und diese ganze Karnevalskacke oder so etwas. Nee, 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 nee. Mit sowas fange ich gar nicht erst an. Verdammte Dingerierter, verdammte Verfluchte. Ja, Clownshöse. Egal, heute ist Mittwoch, der 18. Dezember und ich stelle sie euch heute vor. Die Fack-Schimpfmaschine. Ja, für all diejenigen, deren Wortschatz irgendwie zu gering ist und nichts anderes sagen können, wenn sie jemanden beleidigen wollen. Du doofe Person, du, du bist ja doof, du Person. Ja, für die ist vielleicht diese Maschine irgendetwas. Da kann man drauf drücken, sieht aus wie aus billigem Plastik, kostet dafür allerdings ein eigenes Vermögen. Und da kann man drauf drücken, sind 16 Knöpfe drauf und die sagen dann, ja, scheiße und verdammt nochmal, das geht doch nicht oder bist du jetzt komplett durchgedreht und fuck, ja, so heißt das Ding ja, danach ist das bedankt, ne, das ist Nummer 4. Oder sag mal, was kannst du eigentlich, ja, leck mich doch am Arsch, Ficksschnitze. Okay, was auch immer das jetzt sein soll, egal, du Opfer, Arschloch, also sowas kommt dann dabei raus, ne, 16 Knöpfe für alle diejenigen, die nicht genügend Wortschatz in ihrem Leben haben, um jemanden vernünftig zu beleidigen. Dabei gibt es so schöne Beleidigungen. Ich meine, stellen wir mal ehrlich, Furzknoten, Kackfresse, Pupsbananen, Arschbocher, Unterhosenbügler, Grundschulabbrecher, Klötenlöter, Windenfressener, Klotzpischer, halbgare Nasenscheißer, Evolutionsbeukonteure, Rohrreinigergummis, Rektalabszess, Kretzmilbenversteher, Weckervogelhausbenutzer, Mark Foster-Fan, Biomülleimer, Innenseitenkuschler, Pissoir-Ausnutscher, ja, das sollte eigentlich reichen. Nö, wer sich so etwas nicht selber ausdenken kann, der braucht unbedingt so ein dummes kleines billiges Plastikteil für 12,99 oder sowas. Und dann kann er da drauf drücken und dann kommt da raus, Arschloch, ja, toll, ist doch was, für jeden, am Mittwoch. Hallo, Fortsbremsen.